So Leute, wir schauen wieder die neue Folge von Singfluencer07 vom lieben Chili-Man. Diesmal am Start. Gronkh, Feine Katze, Mary Lou, Milchbaum, Los Kitten, meine Wenigkeit, und Shurioka. Ich bin sehr gespannt, was, was, also, was, das sind ordentliche Namen hier. Also, es sind einige. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, rein da, rein ins Video. Du musst was essen, mein Freund. Du hast dein Mittag wieder versäunt. Du musst essen, mein Schatz. Sonst gibt's gleich eine vor den Latz. Du musst was essen, mein Freund. Du hast dein Mittag wieder versäunt. Sonst gibt's gleich eine vor den Latz. Du musst was essen, mein Freund. Das hört sich richtig gut an. Du hast dein Mittag wieder versäunt. Du musst essen, mein Schatz. Sonst gibt's gleich eine vor den Latz. Du musst was essen, mein Freund. Du hast dein Mittag wieder versäunt. Du musst essen, mein Schatz. Du musst essen, mein Schatz. Sonst gibt's gleich eine vor den Latz. Starbenu, ich brauche mein Schatz. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Komm, ich mach das. Richtig gut, richtig, richtig gut. I like, I like, I like. Schon wieder so strong angefangen hier, Alter. Niceo, niceo. Auf geht's ins nächste. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Chat, was sind wir? Das Medium? Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind klein, wir sind nicht groß, wir sind das medium. Haha! Wie geil! Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Check, was sind wir? Wir. Cool. Sehr cool. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Check, was sind wir? Video. Sehr cool. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Check, was sind wir? Strong. 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 Sehr, sehr cool. Richtig gut gemacht wieder. Es ist aber auch Wahnsinn, ne? Man hört dann immer so, am Anfang, ich finde es ja so geil gemacht, am Anfang hört man die halt so, wie sie in den Streams halt gerade so vor sich hin gesungen haben oder was weiß ich, ne? Und dann denkt man sich selber schon so, was könnte man daraus machen? Und dann kommt sowas dabei raus. Crazy. Crazy, my friends. Crazy. Auf geht's, weiter. Crazy. Are you ready? Boys and girls. Are you ready for the future of gaming? The future is now and it is here. So much future. All the future of humanity. Ready, boys and girls. Are you ready for the future of gaming? Are you ready for the future of gaming? Are you ready for the future of gaming? The future of gaming? The future is now and it is here. So much future. So much future. All the future of humanity. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, crap. Are you ready for the future of gaming? The future is now. The future is here. So much future. All the future of the city. Nice. What a vibe, man. Tut mir leid. Aber ich muss es an der Stelle sagen. Chilliman. Do your magic. Oha! Ich will Dollars, ich will fliegen. Wie bei Marvels ne frische Cannabé. Und ein Whiteberry Lili. Oha! 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 Kieb dich, Donner. Leck mich doch am Sachs. Du Opfer kannst mir gar nicht. Du bist ein hattes Kass, der Teller ist leer, die Gabel war leer. Mh, lecker, schmecker, das ist Donnerwetter. Oh mein Gott! Ich bin ungesprach, ein unsichtbarer kleiner Panzer. Hahaha, ey! Ja! Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Hahaha! Hahaha! Okay, okay, das war crazy as fuck. Hahaha, mein Herr. Was? Alter Chili-Man, du bist einfach nur krass, wirklich. Du bist einfach nur krass. Ey, das ist heftig. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, was? Fuck, das ist heftig, wirklich. Boah! Geil! Hat mir gefallen, hat mir gefallen. Hahaha, das war schon crazy. Leute, wenn es euch auch gefallen hat, schaut bei Chili-Man auf jeden Fall vorbei. Lasst da ganz viel Liebe. Äh, gebt einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! 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 Bye!